hey freunde damit kommen wir zur reese woche 10 herausforderung phase 3 von 4 rüste waffen auf starten wir mal gleich rein in eine runde ich markiere kurz hier wo ich das mache also ich mache das hier unten bei der john wick villa bzw links auf der karte jetzt fliegen wir da kurz rüber am besten hier gleich auf dem dach landen so da haben wir auch schon gleich mit tag hier ein bisschen munition hier noch eine waffe und hier noch eine waffe hier noch die munition mitnehmen also eigentlich reicht eine waffe wenn sie grau ist oder ja keine ahnung also wenn ihr sie dreimal aufrüsten könnte so das war das erste mal hier das zweite mal und hier das dritte mal damit ist die aufgabe auch schon abgeschlossen wenn ich euch damit weiterhelfen konnte lasst mir gerne like und abo da und bis dahin sehen wir uns zum nächsten clip ciao